19.20 Uhr Kein Frieden nach dem Krieg Vor zwei Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges herrschte in den deutschen Städten noch keine Friedensruhe. Soldaten und Arbeiter waren wütend und verunsichert. Der Versaal-Friedensvertrag fand in weiten Teilen der Bevölkerung keine Zustimmung. Die Welt betraute 17 Millionen Kriegstote, aber auch 50 Millionen Tote durch die Pandemie der spanischen Gruppe. Wie sah zu diesem Zeitpunkt die Situation in Wittlich aus? Zitat entnommen aus dem Buch von Dr. Klaus Petry Die Geschichte der Stadt vom beginnenden 19. Jahrhundert bis zur Zeitwende am 10. März 1945 Viele Familien hatten ein Angehör im Felde verloren. Andere Männer wurden noch vermisst oder waren verstimmelt heimgekehrt. Die Trauer und das Leid innerhalb der Familien können hier nicht beschrieben. Es soll nur darauf hingewiesen werden, die Not innerhalb Wittlich war so groß, dass im Wittlicher Tageblatt vom Februar zur Wittlicher Nothilfe für die Bedürftigen aufrufen wurde. Sie begann die Zeit der Weimarer Republik, die historisch auch als Zeit des Interbellum bezeichnet wurde. Das heißt als Zeit zwischen den großen Weltkriegen. Sie begann mit dem 11. November 1918 Waffenstillstand und endete am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen. Die zwei Jahrzehnte zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg werden in der Geschichtsschreibung einmütig als Phase besonders ausgeprägter politischer und wirtschaftlicher Instabilität und Krisenhaftigkeit beschrieben. Häufig wird diese Zwischenkriegszeit auch als zweiter Dreischjähriger Krieg bezeichnet. Ein Stadtrundgang Ende 1949 von Matthias Josef Nes, Erinnerungen des ehemaligen Bürgermeisters von Wittlich. Als schrecklichster Tag steht der heilige Abend des Jahres 1944 noch vor unser aller Augen. Am Vortage des Weihnachtsfestes, da Freude und Friede allen verkündet wird, die guten Willens sind, kreuzten schwere Bomber über unser Tal, warfen in wenigen Minuten ihre unheimliche Last über die Stadt ab und brachten Feuer und Trümmer und Tod. Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945 auf dem europäischen Schauplatz. Weltweit waren 60 Staaten direkt oder indirekt beteiligt. Wir verzichten darauf, die Zahlen der Opfer zu benennen. Im Folgenden möchten wir aus der Rede von Richard von Weitzelker vom 8. Mai 1985 zitieren. Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken insbesondere der 6 Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben. Als Deutsche gedenken wir in Trauer der eigenen Landsleute, die als Soldaten bei den Fliegerangriffen in der Heimat, in der Gefangenschaft und bei der Vertreibung ums Leben gekommen sind. 75 Jahre Frieden in Deutschland. Was aber bedeutet Frieden? Ist Frieden nur Abwesenheit von Kampfhandlungen? Der Friedensforscher Johann Galtung unterscheidet zwei Arten von Frieden, den positiven und den negativen. Negativen Frieden bezeichnet er als eine Zeit ohne Krieg oder gewalttätige Auseinandersetzungen. Positiver Frieden bedeutet für ihn, Gewalt nimmt ab und Gerechtigkeit nimmt zu. Leider sind wir davon noch sehr weit entfernt. Auch unsere heutige Welt steht auf dem Kopf. Ein Mischung des den Kurssbergen, mit der Erdbeeren, der ist das Wünschung des Kurssbergen,